Willkommen bei The Martial Reads Wir versuchen heute das vierte Ende freizuspielen Und wenn dich interessiert, ob ich das heute endlich schaffe Dann bleib jetzt dran Ich wünsche dir ganz viel Spaß So, und dafür starten wir jetzt In die Schicht Als total Unwissende Wir nehmen jetzt auch nichts mit Ja Wir nehmen nichts mit Wir tun so, als wenn wir hier komplett neu wären Mit einem einzigen Unterschied Und zwar Dass wir versuchen Den Keller schon zu entdecken So Dann wollen wir jetzt mal Ja, sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Wir brauchen es nämlich ganz, ganz dringend jetzt Da ist es Äh, der Kranich Mein Äh, mein Kranich Okay, sehr schön Gut So Macht? Ja So Wir tun so, als wenn wir nichts wissen Wie gesagt, wichtig ist, wir brauchen trotz allem Den richtigen Körper Ja Das muss alles passen Ansonsten, äh Schaffen wir das hier nicht Kostet natürlich alles jetzt ein bisschen Zeit Ja Aber die müssen wir uns jetzt nehmen Ich kriege das schon hin Ach, jetzt fängt das wieder an Zieh schon wieder Ja, jetzt gehen wir noch nicht auf den Sack Komm Ich weiß ja Ich weiß ja, dass du da unten bist Ich komme ja gleich Keine Sorge Toll, ich vergesse dann immer, wo ich war So, ich glaube, das war's Glaube ich Ja Gut Jetzt brauche ich ein neues Nice Nice So Jetzt Zwei Symbole Sehr schön Das ist gut Okay Damit können wir arbeiten Ich habe gesehen, dass bei manchen die Hedge Da hinten irgendwie im Raum erscheint Das Glück hatte ich bis jetzt noch nicht Ich habe das noch nie gesehen Leider Gottes Jetzt klinge so viel wie du willst Ich habe gesagt, ich soll dich ignorieren Tut mir leid Nein Ich gehe nicht ran Weiter So Zurück mit dir Du siehst doch schon so aus Als ob Mensch, ich muss kurz Licht einschalten Geister spielen wieder An der Elektronik rum So Du bist doch besessen Das sehe ich doch gleich so wie du aussiehst Damit der so aussieht, ist definitiv besessen Die Pickel Pickel am Handgelenk Das ist eine Nägelallergie Verpilzte Fußnägel Wunderbar Yummy, yummy, yummy Gut, aber auch hier habe ich jetzt zumindest im Moment keine Eindeutig Dämonischen Anzeichen Das Licht ausgemacht War ich das jetzt? Dreh ich jetzt schon durch? There we go Das wäre jetzt auch ein bisschen früh, ne? Äh, gut Wir werden sehen Gott, ich kann mich nicht entscheiden, ob es im geschlossenen Mond besser aussieht Irgendwie nicht Er hat irgendwas vom Joker Ich würde erst mal das Licht wieder einschalten Hier Danke Dein Ernst Ja Wirklich dein fucking Ernst Wenn du hier durchläufst Gehe ich mal kurz in den Keller Gehe ich Ich bin ja gleich wieder oben Keine Sorge Ich bin ja gleich wieder oben, keine Sorge Ich komme, ich komme Ich bin schon da So, also wir wissen es noch nicht, ne? Hier war ich schon mal Glaub ich Ja, ja, hier war ich schon mal Wer ist sie aber? Jetzt würde mich mal interessieren So Ach, hier sind wir Erstmal orientieren Jetzt machen wir weiter Damit ich auch mir wirklich Ja Gott sei Dank Die Frage ist, wo ist es Da Noch ein Tee, okay Gut Äh, wir wissen den Namen Wir wissen den Namen Also gleich zumindest Ähm Ja, also er war es jetzt auch nicht All right Hat er sich gerade bewegt Ich dachte eben, der Kopf hat kurz Oh Der Kopf hat kurz gezuckt Scheiße Ich bin mir gerade nicht ganz sicher Scheiße Komm, du bist es aber, oder? Du musst es sein Du siehst schon so aus Weil der andere sieht mir auch so aus Aber Ach ja, scheiße Nee, ne? Nicht euer Ernst jetzt Okay Ist gerade elegant Die Lösung, aber Was war das jetzt? Oh, was hat eben geknackt Oder gedingst Oder Keine Ahnung So Ach halt Ich verstehe nicht, was er sagt Ich habe immer verstanden I will guide you Aber das Das ist es, glaube ich, nicht Das wäre jetzt für mich ein Eins der dämonischen Symbole Eindeutig ist es bis jetzt noch nicht Genau, das ist das Problem Die Tür ist offen Was? Ja Welche Tür ist offen? Sag es mir Ich habe keine Ahnung Das Tor zur Hölle Oder Das Tor zur Hölle Oder nicht Keine Ahnung Hat die M gerade aufgemacht Es ist 9 Uhr Endlich Endlich Oh mein Gott Ich bin hier Gut Gott sei Dank Was aussieht Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Dämon Äh Den richtigen Körper finden Frag mich nicht Wie ich das gemacht habe Jetzt Geil Wie gesagt Jetzt muss ich nur noch das richtige Ende kriegen Das heißt Ich darf nicht Failen Jetzt Das ist ganz 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 wichtig Das ist ganz wichtig Ähm Dann kann ich hier nicht rein Okay Das war komisch hier So Wo haben wir denn jetzt Ach hier So Jetzt Jetzt hier weiter Hier haben wir diese Nachbarskinder Ja Wieso rumnerven Und während er jetzt hier in Ruhe ausblutet Ähm Werde ich jetzt Das Symbol zusammenbasteln Das ist es Oh ne Was machst du denn hier Nein Nein ich möchte nicht von dir besucht werden Ganz toll Ja Ja Nö Nö Heute nicht Ich Hab gerade Nicht so Bock Das stimmt mit dir nicht Das würde ich mich eher fragen Kannst du mal die Maschine abstellen Kreis Kreis T T T Und H Ich glaube links war das mit den beiden Punkten Ne Ist das richtig Ja 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 Was stimmt denn jetzt nicht mit mir So Noch zu Ja Ich weiß noch nicht Welches der richtige Körper ist Das ist mein Problem Was ist der mit dem Zeichen am Arm Oder war es der andere Nein Stab Okay Alright Das ist der andere Steh auf jetzt Mann Was soll das Das ist jetzt schon Ist da diese komische Narbe Aber Aber Wo ist das Ich hab's schon bei mir. Ich hab's schon bei mir. All right, hier we go. All right, hier we go. All right, I've said already that I've had to accept everything about myself. Just like you do. This is a necessary evil. She's down there right now. Just suffering for no reason. Valerie is not down there. Sie ist nicht da unten. Nicht mehr. She's been gone for years. She's been gone for years. You don't know that. Weißt du's nicht. You're just gonna let her stay there. You don't know, what she's feeling. You are torturing her. She's helping me survive. She's helping us survive. Ohne sie haben wir nur keine Reagenz. Ohne das Reagenz haben wir nichts. Du willst eine Chance haben zu leben? Dann kommt es mit Kosten daher her. Dieses, diesen Kosten. Du musst dich entscheiden, so wie ich es getan habe. Welche Entscheidung? Sie leben zu lassen, um sie immer wieder ausbluten zu lassen, um sie selbst zu retten? Wenn sie nicht gerettet werden kann, dann beende wenigstens die Qualen. Für deinen Gewinn leidet sie da unten. Mein Gewinn? Du hast sie auch benutzt. Es hat dich nicht verabschiedet, deinen Job zu beenden. Du hast ihr Blut auch benutzt. Wenn es dazu kommt, wirst du dich dafür entscheiden, zu überleben, genau wie ich es getan habe. Ich kann sie töten, Rebecca. Ich weiß, dass es das Richtige ist für sie. Ich weiß es. Sie ist nicht die Einzige. Was? Ich habe so viele Erlebnisse, was du erlebt hast. Keiner hat überlebt. Ich habe ihnen zugesendet, wie sie degenerieren und leiden, bis sie nicht mehr sie selber waren. Ich weiß nicht, was ich sonst tun kann. Ich konnte nicht leiden lassen. Ich habe lagerlang einen Weg gefunden, um das Rückgängnis zu machen. Alles andere, das kann aber nur alles vorbeugen. Ist das nichts mehr als nichts? Ich habe sie alle getötet, Rebecca. Das war das Einzige, was ich tun konnte. Ja, ich bin ein Monster. Dieses eine schreckliche Ding hat mich davon abgehalten, noch mehr Leben nehmen zu müssen. Und ich würde es mir immer und immer wieder tun. Ich kann nicht mit noch mehr Tod leben, als ich es bisher getan habe. Ich habe Frieden damit geschlossen. Es ist deine Entscheidung, und du das kannst. Ich sehe dich morgen. Zeig es doch wenigstens! 5 von 5 5 von 5! Got it! Wunderbar! Ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Ich genieße das jetzt erstmal. Und wir werden uns dann jetzt demnächst an dem Spiel dran machen, was ich bei Ritchie abgeguckt habe. Bevor das mich Ritchie inspiriert hat. Und wie schlimm das gewesen ist. Also bleibt dran!